Klickpedal Was ist der ganze Hightech-Mist, wenn man dabei das Wichtigste vergisst? Du hast kein Chandia, kein Rabat-Chandia, du kannst dein Rad nicht falten Und ohne Chandia, ohne Rabat-Chandia, kannst du dein Rad behalten Wow, 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 ohne Chandia Und 28 Zoll, die sind ja auch nicht toll, ein echtes Lautrad ist kleiner Dazu der Firlefanz von einem Schaltungskranz, 30 Gänge braucht doch keiner Ein echtes Fahrrad hat einen Gang, dazu nen Rahmen, der zusammenklappen kann Du hast kein Chandia, kein Rabat-Chandia, du kannst dein Rad nicht falten Und ohne Chandia, ohne Rabat-Chandia, kannst du dein Rad behalten Wow, 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 ohne Chandia Und ist der Berg dann steil, dann wird dein Klapprad Wow, wow, aber sowas sind geil Ich hab ein Chandia, ein Rabat-Chandia, ich kann mein Klapprad halten Ich hab ein Chandia, ein Rabat-Chandia, außerdem muss ich nicht schalten Wow, 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 mein Klapprad hat ein Chandia Wow, 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 wow Untertitelung des ZDF, 2020